Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Beepart Gaming und heute gibt es mal wieder ein Pack Opening zu den Weekend League Rewards. Eben gerade ist das Calcio A und auch das Ligue 1 Team of the Season in die Packs gekommen, eben gerade auch erst veröffentlicht worden. Sehen natürlich wieder richtig Zucker aus diese Teams, vielleicht werde ich sie mal gerade hier auch kurz eingeblendet haben. Und entsprechend mache ich jetzt hier ein paar Sets auf, ich habe hier 300k Sets, dann noch zwei TDW Sets, die ich bei diesem Team der Woche nicht aufmachen werde. Das ist so schlecht. Und dann noch zwei TDS Sets, wo ich dann vier Team of the Season Spieler ziehen werde. Ich hoffe jetzt, dass die ein bisschen gefüllt sind mit Ligue 1 oder auch Calcio A Team of the Season Spielern und ich will keine, ich will keine Schotten mehr. Es ist unglaublich, ich habe jetzt glaube ich fünf von sechs schottische Spieler gehabt in diesen Dingern. Egal, ich fange jetzt an mit meinen Sets, ich weiß nicht, ob noch jemand anderes hier in diesem Video drin sein wird, dann werde ich ihn hinten reinschneiden. Wir fangen jetzt an mit meinem ersten 100k Set und jetzt einen der Boys ziehen, die eben gerade rausgekommen sind. Klappt leider hier jetzt in dem Set nicht, aber wir haben ja noch zwei weitere 100k Sets. Ein brasilianischer Innenverteidiger, David Luiz. 86 overall, das ist gut. Und den habe ich noch nie gezogen, glaube ich, zumindest in FIFA 18. Schönes Ding, nehme ich sehr gerne mit. Und wir schauen mal, was da noch in dem 100k Set drin ist. Nämlich noch eine Hero-Karte, die hat sich da ein bisschen reinverirrt. Dazu noch Philippe, Luiz und Marta mit guten Bewertungen. Also 2,86 in einem 100k Set ist schon ziemlich geil. Dazu noch eine Hero-Karte, das ist schon ein sehr, sehr gutes 100k Set gewesen. Weiter geht es mit dem nächsten 100k Set. Das war ein guter Anfang, das war ein guter Anfang. Jetzt schauen wir mal hier im zweiten, was drin ist. Das ist auch irgendwie ein komisches Flair. Richtig, das ist eine Man-of-the-Match-Karte. Uiuiui. Ja, keine Ahnung, also das weiß ich jetzt ehrlich nicht, wer das ist. Al-Gamdi. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch auch die Flares, die sahen ein bisschen anders aus. Und das hat sich auch durchgesetzt. Schön viele Special-Karten. Erst eine Hero-Karte, jetzt eine Man-of-the-Match-Karte. Und dahinter dann diesmal nicht ganz so hoch bewertete Spieler. Kurz und schmerzlos jetzt das dritte 100k Set. So, jetzt hatten wir Lila, dann hatten wir Orange und jetzt haben wir Blau. Ne, wir haben wieder Lila. Das ist ja echt geil. Die nächste Hero-Karte, ich hoffe, es ist nicht der gleiche, ich habe nicht schon wieder Rolando. Nein, nein, nein. Diesmal ist das ein portugiesischer Torhüter Cristiano. Cool. Cristiano, ne? Als Portugiese ist das mit dem Namen, glaube ich, relativ tricky. Und ansonsten das 100k Set neben dieser Special-Karte eher nicht so special. Aber okay. Alrighty, jetzt kommen wir hier zu den beiden TDS-Sets. Und da kann ja theoretisch alles drin sein von Team-Authers-Saison-Spielern. Ich würde mal da auch gerne ein bisschen mehr sehen als jetzt eine schottische Flagge. Wenn da jetzt eine schottische Flagge kommt, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Bis jetzt, diese Sets, bei mir ein Riesenreinfall. Jetzt geht's ab. Komm schon. Hier kommt jetzt auch das Blauer Flair, logischerweise. Das ist Frankreich. Das ist Innenverteidiger. Das ist von Marseille. Und da haben wir Rami gezogen. 68 Tempo. Let's go. Das ist zumindest in der Hinsicht geil. Weil es A. kein Schott ist. B. eben gerade auch erst rausgekommen ist. Und ich hoffe, dadurch kann ich ein bisschen teurer verkaufen. Und das war es eigentlich auch schon, was jetzt geil an dieser Karte ist. Weil, ja. 68 Tempo. Das letzte Mal wurde mir schon vorgehalten. Wie kann man denn so pacefixiert sein bei Hummels mit 75 Tempo? 68 ist jetzt echt ein bisschen zu wenig. Bei Hummels kann ich da noch nachvollziehen. Ich spiele gerade Team of the Season PK. 72 Tempo, richtig. Und dahinter haben wir den Brian. Der liebe Brian mit 90 Tempo. Als Außenverteidiger gar nicht so verkehrt. Leider 83 overall. Aber hier. Na Rami ist super. Werde ich gleich abchecken, was der Wert ist. Weil gerade, gerade, wir können es mal kurz machen. Aber es ist gerade eine ziemlich heiße Phase. Weil gerade released worden. Und jetzt sieht man das. Dann kommt da eine recht hohe Preisflugstation zustande. Krass, dass da schon welche für 70.000 gerade angeboten werden. Also 65.000. Ich glaube, der ist auch schon lange gekauft worden. Weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der so weit runter geht. Weil da hätte ich ja fast auch einen Schotten lieber ziehen können. Weil die habe ich teilweise für 75.000 Münzen verkauft. Das würde mich ehrlich gesagt sehr, sehr wundern, wenn der jetzt nur 60.000 bringt. Und von daher abwarten, ganz gechillt. Und dann bekomme ich den hoffentlich für einen guten Preis los. Aber zweite Pack wäre jetzt nice, wenn da noch mal ein bisschen mehr geht. Mal so einen der Premium-Spieler ziehen. Nur so einen der Premium-Spieler. Ich verlange ja echt nicht viel. Komm schon. Ja doch, wenn man nach Premium-Spieler fragt, verlangt man schon viel. Noch mal so einen der Mit-Premium-Spieler. Einen, den ich vielleicht sogar spielen könnte. Deutschland. ZDM. Und das ist dann Bender. Ja moin. Es ist wieder ein anderer Spieler als ein Schotte. Von daher kann ich da nicht. Na doch, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber nun gut. Also auch das war jetzt nicht so der ganz große Wurf dahinter. Dann ein Birch, Birge. Keine Ahnung. Mit 77. Weiß nicht, gibt es Team-of-the-Season-Spieler im Goldbereich, die schlechter bewertet sind als er. Ja, ich würde es anzweifeln, aber vielleicht täusche ich mich. Ne, diese TDS-Sets, muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich nicht so gut drauf. Aber was soll's. Ich gebe jetzt vielleicht ab an jemand anderen. Ansonsten, ich verabschiede mich jetzt hier schon mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oben da. Aber es kann auch sein, das Video ist jetzt hier zu Ende. Ihr seht das dann entsprechend an der Videolänge. Ich bin raus. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.